welches loch denn wovon redet ihr hier du musst wissen dass ich dass ich ein sehr wildes kind war dennoch schreie ich die kinder an die leise zu sein super mutter des jahres den weg mit den komischen sand hinabrutschen mag ist spaßig aber hier zu sitzen und der aus diesem ausblick macht auch spaß ach so dass der sandvogel sammeln die roten münzen nein ach komm jetzt spielen wir doch veräppeln es ist das auch manchmal für die beknackte ansicht aber ganz ehrlich wieso brennt denn der wenn du bleib stehen haupt zu brennen alle kuhl du hast mich gerettet vielen dank naja so sind wir so diesmal weiß man zumindest wie man da rüberkommt warte fahrer ich so dankeschön Auch wenn ich gar keinen Bock auf diese Mission habe, weil irgendwie ist sie voll lästig. Aber naja, was soll's. Ich habe den Sprung nicht geschafft, ich tep. So. Boing. Ey, diese... Warum spawn ich nicht gleich auf dem Vieh, Alter? Will ich dieses Spiel verarschen, Alter? So schnell kann ich mich gar nicht umgucken. Ich mache das jetzt so, bis ich Game Over bin und dann... Ich habe den Kopf genommen. Aber ich habe den Kopf geschlossen. Ich habe den Kopf geschlossen. Oh, ich werde das jetzt ein bisschen versuchen, weil ich nicht so umgekommen habe, Oh, du bist nicht so umgekommen zu lassen. Also gehen Sie mich einfach auf den Kopf. SoCom hat's nicht ganz schön. Nicht so umgekommen zu lassen. Ich habe den Kopf gesetzt. hey dieser blöde vogel ne ich mache diese mission nicht man muss ja gott ich gehe wieder hier rein es ist ja schlimmer als der vogel bei shadow für kolosse sei der oder soll was heißen das dorf der roten münchen ja 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 So, eine rote Münze haben wir schon. 2, da kommen wir an. Dann gehen wir erstmal hier rüber. Nummer 4. Wollt sagen, da will sich die Kamera schon wieder nicht drehen lassen. Komm mal hoch da. Was im Buhu oder was sollte das darstellen? Aua! Da war ich schon wieder, dieses kleine Hühnchen, was ich vorhin gesehen habe. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. so jetzt nur noch da hochkommen so jetzt gehen wir noch mal den Weg entlang Gott ich hör schon wieder diesen Wirbelsturm da woher Ja Ah, easy peasy Where geht's? Ich habe keine neue Stage freigeschalten, ich mach diesen Sandvogel nicht, das könnt ihr vergessen Utan Tyrannia schlägt zurück, haben wir noch eine Schelle, ja, kann sie haben Da hinten ist sie, ja Ich denke, die schlägt zurück, die pennt Ich bin schon mal Ich bin schon mal du hast mich gerettet vielen dank das hast du gut gemacht so wissen die alte auch hier schon wieder ich muss hier lang okay wasser auffüllen hier lang müssen du jetzt stinkig ich habe ihn gesehen den ganzen mutanten von der windmühle er ist zurück die brücke ist ja heile wo ist die alte nervensäge geran ja wo bist du da hinten los dass eine eingesperrt wo ist denn die alte tyrannia das war schlau hey irgendwann was sie denn da müssen wo das andere gekritzt ist aber hey du wirst dich mal ein bisschen was seid ihr denn immer zu dass ihr wegkommt so Nee, 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 dieser ganze Dreck hier kommt weg. So, da haben wir dann neun von den Münzchen. Und die Tyrannia habe ich immer noch nicht gefunden. Ist ja auch noch rumgesaue. Warum rätst du hier im Kreis? Ich habe den Pflanzenmutanten gesehen. Das kann nicht normal gewesen sein. Ja, ja, Leute. Ich habe den Pflanzenmuttern. wo ist denn die oder diese blöden pflanzen da oben vielleicht haben wir von oben überblick da